Raum sicher! Die Treppe hoch! Der Raum sieht ja auch ziemlich sicher raus! Oh! Was war das denn für ein Knie-Tritt? Aber ich hab noch niemals gesehen! Der wirkte auch ziemlich losch! Unter der Ecke? Woher kannst du das sehen? Hast du nur weg? Oh Leute! Okay! Oh! Wer spielt denn da? Um das Spiel da komplett zu gucken! Ja! Wir gucken jetzt Fußball! Wow! Ihr guckt in einem Video ein anderes Video! Oh! Videoception! Ich will das Tor sehen! Und? Flankt der rein oder geht der durch? Oh! Er zieht nach außen! Was macht er jetzt? Er schießt den Ball mit links! Der Ball kommt in die Mitte und... Ah! Er wird rausgeköpft! Schade! Wir gehen weiter! Das wollte ich nur sehen auf unserer ultra geheimen Special Mission! Das ist ein Fußballspiel ganz wichtig! Zwei Feinde im obersten Geschoss des Gebäudes! Ich schieße! Da ist das die Händler-Füllstörungen! Was? Ne! Oh! Hartz! Aufbereiche ist sicher! Freigabe für alle! Los! Durch die Hände! Freigabe für alle! Ah ja! Jetzt dürfen wir Leute töten! Ey! Ich will da runter! Uh! Sniden! um stellen Sie die Dots und die Bestand der Katz Sturm und Stieb doch zwei Normen und da auch nicht so gut ist als wir statt der Sturm sind doch zwei Prozent weil die Fresszahlen wenn man zeigt ich Tom so als auch ein drittes Mal Ey, die Fraps-Zahlen oben, die in einem Aufnahmprogramm Fraps sind, die verhindern nämlich, dass ich das da hundertprozentig im Bildschirm sehe. Na, was soll ich denn hier tun? Ich sehe gar keine Gegner. Ey, wo sind die Gegners? Uns geht es ja natürlich darum, wir sollen ja hier diese... Oh, Leute, Granate. Diese super geheimen Special-Lieferungen abholen und das sind natürlich die altbekannten und altbewährten Pappbecher. Da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein. Lol. Oh Gott, letzter Schuss. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Okay. Wer hier auch noch erledigt? Okay. Alles safe, ja, alles safe. Okay. Aber ich bin burnt. Ausgezeichnet. Was? Keine... Keine Pappbecher? Kein Nummernschild? Oh Gott. Ach. Entschuldigung, ja, habe ich gerade genießt und ich wollte mich direkt ins Viprofon reinniesen. Ah. Los, es ist praktisch. Oh Gott. Ja, erledigt? Ey, das ist mein Geg... Äh, mein Kumpel. Ja gut, bei mir sind meine Kumpels auch halb meine Gegner immer. Weil ich schieße einfach sowieso... So, geht auch weg. Ich schieße sowieso immer jeden ab. Das geht mir auch im Multiplayer so. So, ich lade gerade nach. Dann gehe ich weiter nach vorne und dann lasse ich mich erschießen. Oh Gott. Das sollte ein Witz sein. Was ist das denn eigentlich? Und das... So Helium-Dinger? So Helium-Flaschen? Nee, anscheinend nicht. Wenn die ja schon explodiert. So. Ah. Nice, Mr. Heli-Man. Ist ja sauber gemacht. Mach der da einfach mal eine Gangnaht. Was ist das? Lol. Hm. Ja, wie soll ich denn da aufpassen? Ich sehe es kurz. Bam, explodiert es. Vorsicht. Null Chance. Und jetzt sind wir wieder bei der... bei dem... Abbecher. Pflaster. Au-Au-Au. Pustig. Hey. Lol. Von wo? Was? Im Krieg tut man viele fenstere Dinge. Ich kann was gar nicht lesen. Oh Mann. So, jetzt töte ich sie da erst und dann gehe ich da hin. Weil meine Kumpel sind ja wieder nichts in Schüssen gekommen. Abgesehen von dem Mini-Mensch. Der ist weg. Geh noch weg. Da oben. Okay. Keine Ahnung, was mit dem ist. Hier im Lagerhaus. Alles hier erlegt. Das Lagerhaus ist safe. Oh lolol. Ich weiß nicht, ich bin optisch täuscht. Und ich dachte gerade, da rennt jemand lang. Oder war das Erschatten von dem? Leute. Die spinnen doch hier wohl alle. Aua. Aua. War das der Heli? Ist der Heli gegen uns? Ne, das ist mal einer. Ach hier. Ah. Na, wie gefällt dir das? Siehst du, schön beschossen zu werden, ne? Ja, ich konnte... Oh. Oh. Komm, was? Könnt ihr euch hier mal weiter vorrücken? Eins, zwei... Äh, drei. Erledigt. Okay. Da sind wir ein paar mehr zu erledigen. Und zahl den vierten. Ja! Ja, wie man merkt, meine Stimme geht langsam ein bisschen in den Arsch, deswegen weiß ich nicht, wie lange ich noch aufnehmen werde. Ich denke noch diese Mission und dann reicht das auch fürs Erste. Auch wenn man Call of Duty eigentlich in einem Ruhm durchspielen kann bei einer langen Session, aber ich beschenke mich jetzt mal hier auch, äh, keine Ahnung wie lange. Auch diese Mission nachsagen wird. Nice, Mr. Heli. Seht ihr, der Heli-Mensch kann so nie in dieser ganzen, zum Beispiel, Warcraft oder irgendwie sowas. Die können das alle gar nicht und hätte ich auch mal halten können. So, Alter. Moment, es sind ein paar viele. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Okay, safe. Juhu! Ich bin nicht gestorben. Noch nicht. Gott, ich nehme mal eine Zweitwaffe. Oh, nee, da habe ich mir so eine scheiß Pistole, ey. Ich hätte vielleicht noch eine andere Waffe aufnehmen sollen. Ich war nicht alleine gegen die ganze Arminia-Loll. Jetzt werde ich da von der Seite genaubt. Einfach rein tot. Das kann es doch nicht sein. Aber jetzt ist es vorhin nicht wieder hier. Das ist ja wenigstens nicht allzu weit weg. Oh, Mann. Ich konnte nicht mal neifen. Weg, weg. Alter, wir stehen da rum. 20.000 Leute. Okay, also meine Heli. Ich vergaß. Ja, ja. Für die Pappbecher! Lol. Ja, erledigt. Ihr klaut mir nicht meine Pappbecher! Lol. Ich kann gar keine Granate werfen. Ihr spürt die Macht der Pappbecher! Gegner erledigt! Wir sind Team Pappbecher! Soll. Wenn ich jetzt mal hier nach links, dann bin ich, glaube ich, ein bisschen sicherer. Ja, wobei sicherer hier mit dem Kampfgebiet ja auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff ist. Oh Gott. Ich hab schon einen leichten Bloody Scream. Ne, ist es meiner? Ist es auch meiner? Manchmal erkennt man das aber auch wirklich schlecht. So. Okay. Jetzt hab ich noch elf Schüsse um den Dreh. Eins, zwei, weg. Oh Gott. Oh Gott. Keine Munition mehr. So. Ich meinst du. Gibt's hier noch andere kule Waffen? Äh. Holographisch. Jetzt soll ich mich zweimal M90, äh, P90 haben. Hm. Hier noch einer. Erdogan P90. Lol. Hm. Könnt ihr mir nicht sagen, dass es da ist? Um Zeit geht. Oh ne. Jetzt kommt es wieder hier, ne? Hm. Komm schon. Du ziehst das ja alles voll künstlich in die Länge. Oh Gott. Jetzt kann ich wieder deine ganzen Linie auf dem Deck ballern. Ah ne. Ich vergaß schon wieder den Heli.